Hallo und ganz herzlich Willkommen. Och, was hab ich nur für einen Hunger. Schnell ein paar Eier in die Schüssel geschlagen. Ein paar Zutaten. Gerührt, abgeschmeckt und in die Pfanne. Das Rührei schmeckt wirklich köstlich. Was ist nun mit meinem Silberlöffel passiert? Er ist dunkel angelaufen. Erklärung Silber ist ein edles Metall. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com intautor.com Und? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind wahrscheinlich nie wieder in der Zeit.